Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Partherapeut bzw. Diplompsychologe. Ja, und ein paar von euch mögen ja, also ich bin immer so eine Hassliebe zu, aber mögen ja diese Trash-Welt, Influencer-Welt und was da so passiert. Und ja, ich drücke mich gerade vor mal wieder Buchhaltung und so gerade. Und ich dachte mal, ich packe mal zwei Sachen zusammen, einmal Sommerhaus der Stars und diese Situation bei Sascha und Paola, das ist ja so das YouTuber-Paar, damals schon mit Shirin David abgehangen und so weiter. Ja, gut, aber erstmal kurz zum Sommerhaus. Wir haben uns hier das Wiedersehen angeguckt und ging ja hoch her mal wieder. Und ja, ich weiß nicht, es ist einfach, ich weiß nicht, es ist einfach alles so 3D, man weiß eigentlich gar nicht, was man dazu sagen soll. Also was ich bemerkenswert fand, wie stark alle so abgehen auf den, wie heißt der, Dürr heißt der, glaube ich, das fand ich total krass. Also weil der ist ja jetzt, meine, der war jetzt nicht unbedingt ein Sympath in dieser Sendung, sag ich mal, aber dass sie so auf den abgehen, also das hätte ich, weiß ich nicht. Also er wurde ja wirklich komplett gehatet da, konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, weiß ich nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Dann war natürlich hier Patrick und Antonia, großes Thema sind erstmal gar nicht gekommen, hatten ja Corona und, aber gut, waren dann zugeschaltet. Ja, kann man eigentlich, ich weiß gar nicht, was man da noch zu sagen soll, also wie gesagt, es gibt ja so Rumors, dass das irgendwie so ein bisschen verschnitten worden ist. Da habe ich ja schon gesagt, Standards und D-Raker, also wenn solche Sachen passieren, die da passiert sind. Ja, ist das doch eine sehr egozentrische, ungleichgewichtige Beziehung, aber ich kann da einfach gar nichts Neues mehr zu sagen. Also offensichtlich will sie das so, das Menschenwille ist sein Himmelreich, wenn sie in so einer, die Antonia in so einer Beziehung sein will. Und ich sage ja, das hat ganz häufig auch viele Ego-Aspekte und wenn sie meint, das ist jetzt richtig und keine Ahnung, manchmal gibt es ja auch so andere Erwägungen, sag ich mal, wo man drin bleibt. Soweit ich weiß, haben die ja auch noch neue Projekte im Köcher, vielleicht will sie unbedingt dabei sein. Und vielleicht beißt man dann, man ist ja auch extrem jung, beißt man dann die Zähne zusammen, aber ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber was man hier auch sieht, ist, was ich immer wieder sehe, was ich auch super spannend finde, so energetisch, dass Druck erzeugt, Gegendruck, ne? Wenn wir jetzt so alle gehen auf so ein Paar los und Twitter aber voll davon und alle, oh Gott, was für ein schlimmes Paar. Und ja, aber das letzten Endes stärkt das dir als Paar irgendwie auch so eine verrückte Weise, ne? Deswegen, das beobachte ich immer wieder, wenn Leute so in Opposition gehen, auch so zu politischen Themen, manchmal so große Gruppen in Opposition gehen zu einer anderen Gruppe. Ja, also was du so krass bekämpfst, das stärkst du eigentlich, ne? Das ist, das ist ja auch bei toxischen Beziehungen so, dass das Ignorieren eigentlich so der Stärkste ist und gar nicht dieses ganze Gekämpfe so. Ansonsten, also wer mich einfach nach wie vor am meisten triggert, ist Mario Basler, also dieses, oh, wirklich so dieses, ich kann das gar nicht glauben, dass der ernsthaft jünger als ich, ne? Der ist drei verfickte Jahre oder zwei Jahre jünger als ich und benimmt sich wirklich wie so aus der Muppet-Show, diese Opas da auf dem Balkon und wettert rum und zetert und beschimpft da eine Frau als Kleine irgendwie. Und da fand ich ja diesen YouTuber, wirklich, der da gesessen hat, großartig, der ihm so richtig Kontra geboten hat und gesagt hat, was willst du eigentlich, wir können ja unsere Schwänze auspacken, können den Mann da legen, wer den größeren hat und so. Und das fand ich super witzig, muss ich echt sagen. Echt geil aussteigen lassen und was Mario Basler einfach nicht kapiert ist, das ist auch manchmal schwer zu kapieren, das ist eine Generation weiter. Dass heute Menschen halt YouTuber oder Leute auf Social Media vielleicht cooler finden als jemand, der Nationalmannschaft spielt, ne? Aber das, ich weiß nicht, man muss doch diese mentale Flexibilität, also sich das mal vorzustellen und nicht zu sagen, was bist du denn YouTuber? Ja, er hat zwei Millionen Abonnenten, klar, Abonnenten ist nicht alles, aber hat die Mario Basler jemals gehabt? Hätte er die heute? Weiß ich nicht. Ja, das ist einfach krass, wie sich die Welt verändert hat und, aber gut, was ja auch gut ist, dass so eine Art, andere so runterzuputzen und dieses ganze Mansplaining, ist das auch, also das funktioniert einfach nicht mehr, ne? Also das muss ich nicht nur an Mario Basler drauf einstellen, denke ich. Dann wollte ich noch was sagen zu Paola und ihrem Freund, dem Sascha Koslowski, das war so eine, in der YouTuber-Welt spektakuläre Trennung. Also das war irgendwie so eine Keimzelle von YouTube früher, wie gesagt, die haben mit vielen anderen coolen Leuten rumgehangen, die heute große Influencer sind oder Sheen und David, große Rapperin. Und ja, ich finde es einfach interessant, wie sich sowas dann so entwickelt. Also die hatten beide supergroße Accounts und was ich jetzt so aus Dating-Sicht oder aus Sicht wie Führtenmann-Beziehungen auf ein Thema Polarität spannend finde, ist, wie sich diese Ehe so entwickelt hat. Die sind dann aber dann irgendwann geheiratet und zwei Kinder gekriegt und sind dann nach Dubai gezogen, wo sie irrsinnig für kritisiert worden sind. Ich denke auch, mit Recht, ich meine, Dubai, alter, wer will denn wirklich ernsthaft in Dubai leben? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, ne? Und hatten da irgendwie ein Haus mit einer Million Quadratmetern und 587 Schlafzimmern. Und es ist gerade echt ein cooler Podcast erschienen, ich glaube von Ungeskriptet heißt das. Die machen wir so ganz lange, gibt es auch auf YouTube. Und da ist, äh, Sascha macht da so ein, glaube ich, fast zwei Stunden Podcast super interessant zu hören. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also auch interessant, wie er so redet und auch interessant, wie er sowas beschreibt, wie, ja, wie, das finde ich so wirklich super spannend, wie man so ein völlig, ähm, würde ich mal sagen, so dieses, diese, dieses Süchtigmachende von so einem Leben, wenn du so Erfolg hast und, äh, Geld und du fliegst da an und du fliegst hier hin und es ist alles geil. Und wie dann aber trotzdem, ich meine, die Welt ist einfach in so einem ständigen Veränderungsprozess, äh, wie du es dann trotzdem, ja, auch, ich meine, wie bei Popstars, ich meine, du hast einen Peak und dann geht es für viele halt auch irgendwann wieder runter. Und er hat ja dann, ähm, auch ganz lange nicht mehr gepostet. Oder, ja, auch, äh, was ich immer sage, wie gesagt, das ist nur Mutmaßung aus der Ferne, könnt ihr mal kommentieren, wie ihr das seht, äh, keine Mission mehr gehabt hat. Er hat einfach keine Mission mehr gehabt, nichts mehr gemacht. Klar, ähm, weiß ich nicht, Kinder mit, äh, Großbezugung, keine Ahnung, während, äh, Paola ja weiterhin aktiv war und ihre Influencer-Karriere da, äh, vorangebracht hat. Und, ähm, und ich finde es so aus Polaritätsgründen einfach interessant, wie er selber sagt, ja, er wäre wohl irgendwann in diesem Prozess, und das ist, glaube ich, auch so uninteressant, äh, geworden. Und, ähm, er macht ja auch ganz viel, was jetzt, äh, Red Pill Community so als Blue Pill kennzeichnen würde. Also ganz viel dieses Emotionale, dieses, äh, ganz, weiß ich nicht, ein bisschen sulzige, cheesige. Und du kannst damit, das würde ich auch sagen, du kannst damit durchkommen, wenn du einfach fucking reich und berühmt bist, ne, kommst du irgendwie, und auch noch jung, vielleicht noch gut aussiehst, und kommst du mit praktisch allem durch, so, ne, aber weiter auf dem Weg reicht das eben nicht mehr. Da kannst du, kannst du es immer noch verkacken, weil du musst, äh, wirklich in einer langjährigen Beziehung, vor allen Dingen heute, wo die Beziehungen nicht mehr einfach festgekloppt sind wie früher, wo wir einen liberalisierten Datingmarkt haben, wo jeder ständig gehen kann, kannst du nicht einfach aus deiner Rolle rausgehen als Mann. Kannst du nicht einfach sagen, ich habe keine Mission mehr, ne, ich bin nicht mehr cool. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er das irgendwo, ähm, gesehen hat, sag ich mal, ähm, und, ja, für sich irgendwie verarbeitet hat, aber trotzdem interessant zu sehen, wie schwer das, glaube ich, ist, wenn du mal auf so einem Peak warst, und dann irgendwann siehst, boah, ich bin nicht mehr auf diesem Peak. Und er hat auch mal gesagt, irgendwie, wen das so abfuckt, dass so ein Riesenkanal, wenn er ein Video hochlädt, dass es dann nur 30.000, ähm, Views gibt, was ich mich natürlich freuen würde. Ich meine, ich habe auch viele Videos mit 30.000 Views, aber, ja, ich verstehe das, ne, es wird ein, äh, es ist eigentlich nichts Normales mehr, weil da erwartest du eigentlich Videos mit, äh, hunderttausenden Views. Und das fand ich interessant zu sehen, dass er denkt, dass dieser, er macht schon echt ein bisschen weirden Content jetzt, finde ich, also, soll jeder machen, was er will, der ist auch wirklich, das ist auch nicht mein Business, aber ist schon ein bisschen weird. Und das ist manchmal auch, glaube ich, dass man so denkt, ich war mal so bekannt, jetzt kann ich eigentlich sonst was machen, hier einen goldenen Pups rauslassen, und das finden alle, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein goldenen Pups ist, aber, ähm, ich weiß nicht, wäre jetzt nicht mein Content, aber wem es gefällt, gefällt es, äh, wirklich überhaupt kein, alles gut. Aber, dass man so denkt, ich kann jetzt eigentlich jede Art von Content machen, und das wird abgefeiert, und dann zu merken, boah, nee, es ist nicht so. Das steht mir auch super schwierig vor, wenn man so jung, schon so erfolgreich war, und dann, ähm, eigentlich fast wie Fußballerkarriere, ne, äh, dann wieder zu gucken, okay, wie geht es denn jetzt weiter, ne, weil das ist, glaube ich, psychisch wahnsinnig schwierig, wenn du so früh im Leben so einen, so einen Berg erklommen, äh, erklommen hast, und dann geht es erstmal bergab so ein bisschen, und wie, wie kannst du das wieder, also wie kannst du eine kontinuierliche Karriere haben, und so, das glaube ich, finde ich, also fand ich super spannend, ne, auf jeden Fall, das fand ich schon echt interessant, und dann hat sich jetzt, ähm, seine Ex-Freundin, die hat ja neun, hat eine Menge Hate abgekriegt, was ich, äh, ich meine, ich finde das immer furchtbar, wenn Leute mir dann nicht so viel Hate abkriegen, das ist einfach eine Pest irgendwie, und hat sie echt nicht verdient, weil, mein Gott, äh, sie hat einfach das gemacht, was, wahrscheinlich das gemacht, was Frauen machen, wo der Mann völlig aus der Polarität rausfällt, mutmaßlich, äh, ja, dass sie nicht mehr so gut findet, ne, und, mein Gott, die haben auch noch ein Leben vor sich, und, äh, na ja, weiß ich nicht, Menschen, habe ich ja schon, glaube ich, im früheren Video mal gesagt, Menschen gehen halt auseinander, mein Gott, das passiert halt, ne, es passiert den meisten, und Leuten, die berühmt sind, passiert das, glaube ich, sowieso wahrscheinlich zu 98%, und, also, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber was jetzt, was ich wirklich ein crazy Fun-Fact fand, ist, dass ihr neuer, äh, hieß es ja immer, hat er sich ernsthaft ihr Gesicht tätowieren lassen, oder hieß es zwischendurch, nein, es ist, irgendjemand anders, hat mit dem Polar gar nichts zu tun, aber jetzt ist, äh, wohl in ihren Storys, hat sie so einen Fragensteller gemacht, ist jetzt rausgekommen, doch, es ist ihr neuer Freund, und hätt sich das sogar tätowieren lassen, bevor die überhaupt zusammen sind, wo ich, das ist sehr gut, ich persönlich denke, er wird 100% genauso enden wie Sascha, weil das ist, äh, das ist eine Art von, man sieht bestimmt auch top aus, ich hab den noch nie gesehen, und ist bestimmt ein toller Typ, und erfolgreich und alles, aber das ist genau die Art, wo du Frauen auf dem Podest stellst, und was einfach nur fucking weird ist, vielleicht nicht in dem Moment, wenn man frisch verliebt ist, aber irgendwann garantiert, und dann, wie gesagt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, will man sich irgendwann trennen, und dann rennst du dein Leben lang, mit, mit der Visage von deiner Ex, als Tattoo-Robel, du musst das jeder neuen Freundin erklären, denke ich immer, was denken die Leute, aber die Welt ist verrückt, die Welt ist verrückt, äh, wir sind alle Teil da drin, wir alle machen wahrscheinlich ständig, äh, verrückte Sachen, aber ich muss sagen, das, das fand ich einfach nur abgefahren, so, genug, äh, Trash-News und, ähm, Gedanken darüber, haben wir nächstes Mal wieder was ordentliches, und wir sehen uns bald wieder. Und da clubs das zu dir gerade, das ist immer wahnsinnig, wie grey gefühlt werden, weil wir Jean Dix nehmen,